Vielen Dank und herzlich Willkommen heute Abend hier in den B-Flat. Es waren gleich zwei Stücke im Einblick von unserem neuen Album, Zeitloch und der Besuch der alten Damen. Hervorragend ausgeführt, wie ich finde, von diesen exzellenten Musikern, zu meiner Linken, zu meiner Rechten, an dem Bereich ausgesehen, zu meiner Rechten, meiner Linken. Zunächst mal Karl Lübke, an Schleif, das ist doch Karl Lübke. Tobias Roch, Papas. Und Markus Fleischer, an der Gitter. Das nächste Stück heißt Im Zimmer der Zauberin. Im Zimmer der Zauberin. Im Zimmer der Zauberin. Amen. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.